Romy Schneider Ich liebe Sie! Zu Ihrem 80. Geburtstag gedenkt Heimatkanal, einer der faszinierendsten Schauspielerinnen der Welt. Schon wieder Sie? Das ist Ihre eigene Schuld. Eine glamouröse Filmdiva, die uns bis heute verzaubert. Was ist mit mir geschehen? Sehen Sie unseren Filmstar des Monats, Romy Schneider. Ich werde nie an den anderen lieben als Sie. Jeden Mittwoch im September um 20.15 Uhr und in der Filmnacht am 29. September ab 20.15 Uhr. Nur auf Heimatkanal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017